um ich habe nur eine kugel die kugel ich wollte gerade sagen ich warte bis sie direkt hintereinander stehen also ich weiß nicht woher bist du? hinterhalb von ich bin jetzt bei E7 an der Tanke alleinstehende Kirche hast du jetzt hier ein bisschen Script Metal zu fahren? 4 vor Fun wo bist du jetzt? in der nächsten Villa dann diese diese verbaute da wo alles verbaut ist ach so da dieses rote Ding oder was? ja ich glaube ja ich weiß halt gerade nicht auf den Rucksack alter ok ich geh auch mal die nächste weiter direkt ne? jo der dritten ich geh einfach eine weiter die neben deiner ist ich baue nen Rucksack ich hab mir als Beutel ist sie nicht ah ich tu mal irgendwie ein bisschen Discovern ey was ich so ich hätte gerne noch ein Feuerzeug wie viel Script Metal hab ich gesagt fehlt uns noch? oh weiß ich nicht mehr ach glaub ich also ich hab Schell's Huln na ich hab nen Ballmann oh das muss schon wieder ein die Bullen die stehen nur noch da in der Nordhaus die stehen nur noch da in der Nordhaus nö an dem ersten oder was? ja ja also die Geräusche kommen komm auf komm aufs der Richtung 180er zweimal 180er oh ne Acker geil 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 voll die kannst du schwer äh lass die Hunting werfen komm nimm die doch jetzt ich will noch den Rucksack finden hab ich ne Pistel ne AK ne AR scheiß Auto boah boah ich hab mich so erschrocken ich wollte grad rausgehen auf einmal seh ich nur die Autos seh ich nur die scheiß Lampen seh ich nur die scheiß Lampen hab ich dreck wieder reingerannt auf jeden Fall und da stehen zwei Polizei Autos ähm sind die ausgestiegen? ja blöd zum Zürtel Mann bisschen weiter gefahren ich bin direkt in dem Haus neben dir praktisch ja dafür kriegst du ne Fisk festzuschlempeln ja 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 hin ja hin wir machen das ja und das Autorad kaputt das eine Polizei Auto hätt ich ja früher gesehen wer hätt dann der Statur gesagt ich hab das vorhin schon gesehen aber ich fahr mir nicht sicher ähm ob da welche noch äh waren zufälligerweise in die Häuser deswegen hatte ich heute nicht Bedenken Alter ich bin direkt in Cranberry gelandet lol ja der ist schon ein Tür im Cranberry drin ne Pheasant meinst du wohl? äh mein ich halt direkt im Pheasant soll ich mein ach so boah die haben zu guten Staff um die jetzt mit dem Bogen zu attackieren also einer ist umgefallen als er gestossen hat ich hab dir nen Headshot gegeben mit dem Sniper EIN Schuss nur Hahahaha 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 Wir sind da schon jetzt ungefähr Zwei Stück, einer ist hoch in die großen Villa reingelatscht Und einer steht noch am Auto, aber das Problem ist, ich komm jetzt nirgendswo rüber, weil die scheiß Säune so hoch sind Ähm, der steht direkt an seiner Karre Boah, Alter, der Schuss war geil Da, 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 ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn Er holt die Karre gerade, er fährt die weg Wir sind hoch in die Villa Ich seh schon Der andere ist, da ist noch einer hochgelatscht, deswegen Oh, was seh ich denn da vorne? Hübsch ist eine riesige Base Ich könnte kotzen, das in der scheiß Putzi hier Deine Bars Ja, da sind wir schon ordentlich am Bauen Boah, ich stand hier Ich stand hier richtig assi, ey, zwischen den Sträuchern und alles Pfff Ich hab soeben mit dem Visieren rüber geschaut über das Holz Und ich hatte erst Angst, dass, äh, ich in die Holzwand reinschieß Oh, 80, äh, ist eine Pistole, ne? Ja Oh, bitte lass uns 308 Oh, 308 Scheiße 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 Das ist die vom Fernglas hoch in die Villa Da kommen die, da kommen die beide gelaufen Wo sind die? Da sind die bei der Flersaison Links von der Villa praktisch Einer mit ner Sniper, ich glaub der hat mich gesehen, der will ich, glaub ich holen Ich bin hinter der Mauer praktisch Ist er auf deren Seite oder gegenüber von der großen Villa? Also quasi, wenn du vor der Villa stehst, auf der linken Seite taugt einer mit einem Sniper oder was? Ja, ja, genau, neben der Mauer. Aber Junge, der ist doch noch so scheiße getan wie ein Sniper. Der hat auch noch so ein scheiß Ding an, ey. Der hat ja auch schon zusammen, der Nippel, der Nippel, der Erzwein, der Ginn ist, Kunde. Er hüft die ganze Zeit hinter der Mauer hoch. Ja, der Typ hat nichts hoch. Die sind ja ordentlich am Bauern, ey. Da, ne, das ist die Zombie. In der Nähe vom Cranberry. Da bauen die grad ihre Base auf. Aber nicht unsere jetzt hier, ne? Oder? Machen die, äh, unsere Base da kaputt, oder? Ne, 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 ne. Ne, unsere ist ganz oben in der Bremde Welt. Ach so, okay, gut. Da ist nicht wie die Elke. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie beide. Haben beide runtergelaufen, Straße. Okay, ich komm von hinten. Ich bin jetzt am Auto wieder an dem einen kaputten. Nuh. Beine hat sie jetzt. Haben die dich jetzt gesehen? Was meinst du? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Ich hoffe nicht. Oh, ich bin gar nicht hier bei Cranberry. Ich bin bei dieser scheiß Kirche. Oh, das erklärt einiges. Ja, die laufen beide weg. Die laufen zu dem, äh, Haus, wo du, äh, die Schreien gebaut hast. Also... Renn mal nicht weg, Alter, das ist doch schon eine Maschine. Renn ja nicht weg. Ja, aber ich mein das nicht, Alter. So. Wo sind die? Sind... Die sind vorne zum ersten Haus gelaufen und gesprintet. Da wo wir herkamen? Ja, ja. Die nehmen das zweite Haus, glaub ich, rein. Ja, die gehen bald ins zweite Haus rein. Ja. Der ist... Guck. Ich bin hinter dir, ne? Guck hier, ich bin hier oben. Ja, da drüber. Auf dem Balkon ist jetzt einer. Da raus. Ja, jetzt guck mal, ob ich zum Typen... Ich bin im Nebenhaus, ne? Pass auf, nicht dass er dich da mit nem Sniper holt. Ich hab Handschellen. Ja, die haben, die haben keine Munition da drin gelassen. Ach, wie geil das grad war, ey. Nur einen Schuss verfügt man, gibt denen dann dringend hell heil. Zeig ich, die gehen raus, die gehen raus, die gehen raus. Ich hab dir nix mehr. Ich hab dir nix mehr. Ich geh. Ich bin in der zweiten Etage. Die sind rausgegangen, ne? Die sind jetzt auf andern... ... der Straße sind die jetzt. Nee, wieso bist du denn, Bibel? Andern Straße Seite, wo denn... Nee, auf der Straße sind die, die laufen jetzt gerade. Nee, das ist doch was für'n Arsch, Alter. Ich schwöre euch, ich werde bis morgen so in 7 spielen. Und wenn heute macht keiner noch einen Service, dann... ... blut ich mich so voll. So, ich bin bei G5. Sind die schon irgendwie an der Polizeikarre? Hier waren grad zwei Spieler. Einer hieß ProSnacks. Kennt ihr da noch einer? Nö. Ja, dann hau ich lieber ab. Ich hab keine scheiße Mimi für dich, ich weiß... ... AR oder so. Führer Geräusche. Ist das einer von euch? Bin in einem, äh, Haus drin. Gegenüber von der Villa. Ja. Aber wie schaffst du das von Tram de Rios zur Base gelaufen? Bin jetzt gleich da. Oder ich bin jetzt so ein Dichterin. Bin grad in... ... Misty Peak dann. Ne, Misty Peak dann bin ich grad. Oh. 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 Hahaha. Ich hab gar keinen, ähm... Ich hab nämlich gehört, als die Tür vor mir zugemacht hat, kam nochmal so ein Türgeräusch. Und ich so, hä? Ja, was? Ich hab keinen Rucksack für Scrap Metal. Oben hinterm Haus ist einer gelaufen. Hast du Sniper Muni? Ne, leider... Schade. Ich hab den kurz gelootet, aber... ... da war nur noch ne AR drin... ... ne AK... ... dann ganz viel Equipment, aber, äh... ... keine, keine Munition. Ich hab hauptsächlich nur Munition gekluckt, echt. 280er. Hab ich. Als wäre sie aber in mich von Ewigkeiten... ... das nicht mehr geschwittert, wenn der Minder Battle real ist. Und dann selber, bis zum aktiv wieder hingehen? Ja. Nein, der rennt schon irgendwo rum. Achso, weil dein Name immer noch da so rot ist, deswegen und... Bei mir ist das wieder gelb. Ja. Und wenn er einen Weg zur Buri ist... Kann sein, ey, du findest hier die größten Waffen, aber die Munition ist dafür... ... der ist doch zu quatschen. Oh, hier liegt noch Munition. 380. Gut. 380? Ist halt nicht Sniper? Der 380 Sniper. Ja. Ach ja, stimmt. 380 war, ähm, was war das nochmal? Du bist ja. Du bist ja. Ach ja, stimmt. Die automatische, da, ne? Ich kackt bist du mit deinem Elfen. Ja. Ja. 380, das kackt, ne? Step knife. Wollen wir nicht gleich mal in der Finderlobby... ... äh, 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 äh... Funktioniert doch nicht. Eigentlich nicht. Hast du getestet? Mhm, aber... ... man glaubt den anderen, wenn der Zahn hat angeschaut. Ja, doch der Rebier weiß es nicht. Funktioniert doch vorher nicht. Deswegen hat er ein normales Spiel eingemacht. Aber da gibt er ein Spiel eingemacht. Aber das hat denn hier... ... 9mm, äh, flaxengestattet. Ähm, 9mm brauchst du die? Für die M9 zufällig? Ja, ich hab keine M9. Okay, weil ich hab hier zwei, äh, ich hab zwei Bullets. Ich hab nur ne normale M19 A1, oder wie die Scheiße heißt. Ja, die hab ich auch. M19, also die 1911er. Ja, aber keine Munition. Ja, ich hab nur fünf Stück. Ja, sollen wir mal gucken, dass wir irgendwie hier hinten rauskommen? Wo waren die Affen? Habt ihr die... Ja, naja, zufällig gesehen? Autos hier stehen lassen, wir hätten ja wohl noch irgendwo hier rumlaufen. Oben, oben in der Villa steht ein Polizeiauto. Ja, und? Und hinten steht noch so ein, äh, brauner Jeep weiter durch. Können wir davon keinen mitnehmen? Ja, also ich hab nur Spark Planks, aber ich hab keine Batterie. Ja, du könntest riskieren, aber... Bin jetzt mal rausgegangen, kommst du mit? Jo. Ja, probiert das, wir werden verweist. Ansonsten... Welches ist immer denn? Dann haben wir uns jetzt gleich der Burn-Auto, und dann, äh, aber dann sehen wir uns ein bisschen animal-fett, und dann fallen wir rum und, äh, fahren ein bisschen. Wird man ne Bild haben können? Ah, bitte Tagleiterung mal her, ne? Ne? Wie für ein Haus? Geh mal ein Haus weiter kurz schnell looten. Da drüber! Bin doch da drüber! Ich hab nicht, das soll doch ein Scherz sein. Kannst knicken in das Auto. In der Bullen-Auto ist nichts. Da oben ist noch eins, ne? Ja, ja, aber da will ich nicht hoch. Du bist... Bist du ein Haus hier weitergegangen? Ja, ja, genau. Ach da, okay, ich seh dich. Ah, ich bin jetzt in Cranberry. Hier ist noch ein Kompass, wenn du den haben willst. Ne, ich hab einen. Wer ist das da vorne? Ich bin aus. Gut. Du bist jetzt in Cranberry. Hm. Südlicher Eingang. Basic Bantanar. Erst durch feste Siedlung. Sauber. Ja, ich schwere, ich könnte jetzt nach Wuppers eben gehen. Soll ich mal gucken da? Ne, ist doch immer was los. Da oben. Was ist das denn für ne Scheiße, ey? Hausart, Alter. Also, Buben scheint leer zu sein. Nach komm nicht geht, dass wir eben schon zur Base. Cranberry schnipp auch nicht gradiert, ja. Allerdings, ich hab auch nicht meinen scheiß Rucksack, ey. Ach, boah. Ja, guck mal auf die Uhr, wir haben schon in der 11. Wo bist du? Ich. Bist du Wörter? Ist du das? Ja. Wo seid ihr denn jetzt? Wir sind zwei Häuser weiter. Auf dem Kopf. Guck. Hatte der... Ja, der unliebten Susan wurde da drauf, ne? Ja, aber ich mach die jetzt, ich stell die mit zu diesem Scheiß aus. Nein, lass die, gib mir die. Zu spät. Ah, jetzt wird das Pissing, ey. Da macht die nur sichtbar in ne Sträucher ein. Na gut. Aber einer fehlt hier noch, wo ist der, ähm... Der Ding ins hier, der... Äh, Jay May. Hey, ich schieße gar nicht, ich verblüße. Jay May, wo bist du? Äh, noch, noch nicht bleibt, aber... Ich bin Friendly. Das ist mir nicht verblüßen, wenn ich schieße. Meine Mails werden auch hier sind, aber... Ich dachte, du möchtest du die weg oder so? Für Deutsche? Hm. Ne, ich weiß nicht, ich glaub, die sind noch da hinten, ne, aber irgendwo. Neu? Ist das neu? Schon immer. Wat? Wusste ich nie. Äh, ich hab zwei Snapey-Rail für. Ähm, Daryl, kommst du mit? Weil wir wollten das losziehen, weil, äh, wir wissen ja nicht, wo eure Base ist. Weiß auch nicht, wo die jetzt weiß, bis dahin auch nicht. Ah, äh... Östlich von Buba. Warte, ich bin grad gegenüber von dem einen Haus, wo ich grade drin war, wo du mich gesehen hast. Lauf einfach die Straßen lang, wir sind hier schräg links auf dem Berg. Also einfach Richtung, äh... Ende. Richtung Ende, ja. Von der Straße. Dennis, noch nicht los. Hier, da. Siehst du uns? Lass uns scheiße Beulich, ey, geh weg. Haha. Halt und hier liegt der Batterie-Spat, Platz 2, ist es 4? Null. Oh, Leute, hier sind's zwei Batterien. Und die Tür... Du Batterien-Dealer! Ja. Wir werden mal kurz im Camping-Platz nehmen. Ja. Ich hab zwei. Ein für hinten, ein für vorne, ne? Genau. Oh, gehen wir mal dahin. Ist ja nicht schade. Ja, ich hab ne Account nachher aufgerissen und keine Mutti dafür. Darrell ist ja nicht ein bisschen warm aufgebieren, ne? Mit seiner Wollmütze da. Ja, ja. Ich brauch ne... Ich brauch ne Armbrust. Boah, wir hätten das echt alle so nensam wie von The Walking Dead, so die ganzen Charaktere, ey. Haha. Glenn. Hast du so'n Chin-Chang-Chung-Typen da, ey? Hata. Hm, Zombies können auch keine Türen öffnen, oder? Bäh. Gesundheit. Also soweit ich weiß nicht, nur. Hast du irgendwas, womit man kämpfen kann? Ich? Ja. Mir rennt die ganze Zeit so'n Typ hinterher. Wir hätten Waffen, aber keine Munition. Und wir hätten viel Waffen. Boden, ich hab zwei Pistols. Hm. Naja, also nichts ist was, äh... Segen mich dann alles machen. Hier liegt ne Axt, ne? Hier liegt auch ne Axt. Hast du nicht? Hast du nicht? Hast du nicht? Ah, toll. Die ist ne Bergbank, ey. Die kannst du nicht nutzen. Oh, scheinst du ne Bergbank drinnen wir auch noch, ne? So, Scrap-Metal hab ich. Munition, die man nicht braucht, dann umwandeln irgendwie. Munition, die man braucht oder so. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, du kannst äh... Munition ent...